So, und hier sind wir auch wieder. Zum zweiten Part. So, jetzt bauen wir uns erstmal runter. Äh, du machst eine Seite, ich mach eine Seite. Äh, Moment. Teamwork macht man gemeinsam. Teamwork mach ich immer alleine. Äh, da ist Kupfer, da ist Kupfer, da ist Kupfer. Das brauchen wir nicht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ist doch egal. Kann man verkaufen. Oh ja, hast recht. Oh, ab. Nein, ich komm nicht hoch. So, jetzt aber. Hat sich irgendwie nicht gelohnt, das sind drei Kupfer. Ja. Kannst du nichts draus machen. Ja doch, ich hab Feuer noch ein bisschen abgebaut. Achso. Ja, viel Spaß, runterzufliegen. Oh, ich glaub, das ist Eisen. Oder? Nö, ich bin dumm. Haha, kein Schaden. So. So. Hörst du kurz? Äh, zack. Immer noch nicht Eisen. War das nicht mit Schiff, dass man dann die Fackel in der Hand hält? Ja, das war's. Das war's. Das war ich auch. Die ganze Zeit. Geht schneller. Mann. Oh, ich brauch keinen Clay. Kupfer. Oh, ne Hülle. Ah. Nein, nein, nein. Scheiße. Oh, da ist so ein hässlicher Slime. Warte. Das ist doch ein Grüni. Das müsste sein. Huh, wieso ist das dann noch so? Ich komm, wir nehmen hier hoch. So. Ja, wahrscheinlich machen wir so einen ganzen Tunnel bis zum Neto, oder? Okay. Ist irgendwie besser. Finde ich. Warte. Warte. So. So, und weiter nach unten. Zuck. Fail. Oh. Wieso noch mehr Kupfer? Weil das Geld bringt. Eisen tut's aber auch. Ja, und? Ich wollte so, ob ich das Kupfer habe. Ich will Kupfer. Ah, hier. Haben wir gleich. Matsch. Das bauen wir ab. Für später. Ja. Du kannst. Ja, du kannst aber auch Dings machen. Erde zu Matsch. Oh, das ist hier da unten. Ja. Ich muss da am Wasser stehen. Achso. Da unten ist dieses komische leuchtende Stein. Wie heißt dieses Gestein da? Dämonite? Genau. Dämonite. Da ist eine Höhle. Ja, gehen wir sowieso gleich drauf. Zu. So. Ne. Oh, hier geht's noch weiter runter. Oh, ja. Oh, unsere erste Höhle. Hier geht's nochmal rein. So. Oh. Ähm. Eisen. Wenigstens was. Wenigstens etwas. So. Oh, bei mir stampft irgendwer rum. Ganz ehrlich. Also jetzt nicht im Game, sondern bei mir zu Hause. Hehehe. Ne, ich fühle mich ungut. Aber ich hoffe, geht's weiter. Oder? Ne, doch nicht. Ne, ist ein Stein da unten. Aber ich fühle mich trotzdem das ganze Kupfer. Ja, mach das. Ähm. So. Da ist noch Eisen drin. Oh, cool. So. Oh, hier unten ist noch eine Höhle, oder? Sehe ich das jetzt gerade falsch. Ähm. Na gut, da kommen wir eh gleich rein. Na, jetzt muss ich mir echt hier noch von meinem letzten Holz, was ich habe. Ich habe noch genügend Holz. Gut. Und ich habe gleich noch genügend Kupfer. So. Ist hier neben noch eine Höhle? Ja. Oh, doch. Kein doch. Oh man, ich liebe diese Schwerter, die wenigstens Licht machen, muss man keine Fackel platzieren. Da, da will ich nicht rein. Da will ich nicht rein. Ne, da will ich wirklich nicht rein. Ne. Du hast doch keine Hobbys, oder? So baut man sich Brücken. Äh, wenn du willst, hier ist noch Kupfer. Wenn you will. Ne. Tot. Nö. Ah, jetzt gleich. Ich sehe nichts. Das überlebst du nicht. Ich sehe nichts, verdammte Kacke. Oh, warte mal. Ich müsste mal... Loll, ich sehe nicht, wie viel Leben du hast. Ich sehe aber nicht, wie viel Leben du doch hast. Ich habe nichts gesehen. Okay, 3, 2. Oh, Gold. Habe ich nur von deiner Sicht gesehen. Ähm, ich soll dich mal... Wir müssen mal unser Haus fertig machen. Scheinlich, ich habe den Spiegel noch gar nicht. Och, nö. Dann töte dich. Gleich. Er sauf wie ich. Nein, hier ist noch Eisen. Da werde ich doch, äh... Lieber mal das Eisen mitholen. Gut, wohl. Jetzt bauen wir erstmal so ein schönes Häusli. Genau, brauchst du dein Häusli. Ja. Und wir haben schon wieder 8 Minuten. Das gibt's gar nicht. Lol, hier unten ist Sand. Ja, können wir für Glas brauchen. Ähm... Wie viele Aufnahmen machen wir so circa am Tag? Keine Ahnung. Mir auch egal. Lass mal so 4 machen. 4 Stück. Okay. Jeder 2. So, das war's jetzt hiermit. Jetzt müssen wir mal gucken. Geht's hier noch weiter runter, oder? Oh shit, ich hab' die Mitte nicht... Wie krieg' ich mich jetzt tot? Wie krieg' ich mich tot? 1, 2, 3... 1, 2, 3... Hopp, die Idee. Übrigens, es steht jetzt 3 zu 2 für mich. Glücklich, Sack. Gleich steht's 3, 3. Moment, ich muss hier hinten zumachen, sonst läuft die ganze Höhle voller Wasser. So. La 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 la. So. Weißt du, wie lange es dauert, zu ertrinken? 55 Kupfer, 43 Eisen, jetzt ertrink' ich 2 Gold, 25 Sand. Ich habe ein Kupfer. Ich habe ein Tod. Ey, ach so da. You have ne Tod. Wie ey, I have ne Tod. I see that. Do you not? Ups. Nein. Es muss noch ein weiter runter. Jetzt kommt man auch normal drauf. Nein. Kumpel. Nein, Mann. Kumpel dich mal in den Slime da unten. Nein, Mann. Der nervt. Okay, danach. Jetzt nervt er mich. So. Jetzt ist er. Tot. Ähm. Ja, mach mal hier ne Eisen und so. Hier war's noch ein bisschen. Ja. Gut. Wieso kann ich da kein Eisen, äh, kein Amboss draufsetzen? Weil es nicht geht. Seh es ein. Wie groß ist das, ähm, das ist, ähm, okay, gut, dann mach ich mal gleich, oh cool, danke. Bitte. Dann. Äh, das Auge macht mir Angst scheiß drauf. Äh, noch irgendwas Wichtiges. Komm, ich mach mal ein paar, äh, Goldblöcke. Hä? Das ist zu groß. Seh ich jetzt schon. So muss das sein. Oh. Komm schon. Endlich macht Kämpfen wieder Spaß. Ja. Und wie lange noch? Wie lange? Ja. Noch zwei Minuten. Zack, zack. Boah, wie schnell 50 Minuten umgehen, ne? Mhm. Scheiß, ich hab keine Fackeln mehr. Ah, okay. Da unten muss noch eine, ja. Ich schwör's. Das nicht. Das sieht doof aus. Nö, nö, nö. Aber diese Kritiker. Ja, und dann mach mal ganz viele Türen, weil sonst leben die NPCs da nicht. Die brauchen nämlich, ähm... Viel, viel. Einen Tisch, einen Stuhl und eine Tür und... Einen Raum, wo Dinge vormitts drin sind. Nein. Wo... Stühle, Tische. Ja, mach mal zwei erstmal. Damit der Händler erstmal kommt und dieser hässliche Guide. Ähm. Wie kann man was in einem Blumentopf pflanzen? Brauchst, glaub ich, ne Blume und dann kannst du das einfach zusammen... Kann man da nicht einfach auch Gras reinsetzen? Blinkrott oder sowas? Weiß nicht. Weil es geht irgendwie nicht. Ich krieg's nicht... Wass du, das ist Kopflip. Nein, aber das krieg ich auch nicht hin. Das Kopflip brauchen wir um... Ah, stimmt. Warte mal. Dafür brauche ich die Samen davon. Gut, aber ich wäre jetzt gerade stark dafür. Wir beenden die Aufnahme jetzt an dieser Stelle. Juppau. Können wir machen. Na gut, dann sehen wir uns gleich bei... Nick wieder. Ja. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.